was haben wir als nächstes okay jetzt wird es wieder ein bisschen melodischer flow mit einfach produziert k y g was ein schöner hook man schön gesungen auch ja und dann hier wenn du nichts anderes findest er machte wieder etwas falsch nicht leichter als das ist nichts leichter als das und hat es wieder nicht geklappt machst du mal wieder alles falsch arbeit finden ist verleicht und dienst zur unterhaltung immerhin bin ich voll jung und hab schon 50 jahre berufserfahrung 40 stunden arbeiten das tut dir sicher gut und bitte mit 20 überstunden noch dazu machen alter geil richtig geil unterhaltung wieder nicht geklappt man sagt ja mal wer arbeit will der findet ja oder wer arbeiten will der bekommt ja auch was ne sowas in der art das kriegen wir ja immer gesagt ist ja so easy alter nicht geklappt machst du mal wieder alles falsch arbeit finden ist verleicht und dienst zur unterhaltung immerhin bin ich voll jung und hab schon 50 jahre berufserfahrung mittlerweile bin ich doch jung und hab 50 jahre berufserfahrung stunden arbeiten das tut dir sicher gut und bitte mit 20 überstunden noch dazu alter so ein geiles thema feier ich tode mann dass die eltern ja auch dann sagen von den eltern kommt es ja auch meistens ne ja so ne mann hier jeder kriegt hat ja eine berufserfahrung und so ne ja mann hat berufserfahrung aber keine oberschenkel jonge 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 msef tom da krieg ich tränen in die auge dabei willst du doch nur zocken also scheiß drauf was du willst alter das passt leider nicht ins bild und studium wert auf steuerrecht voll einfach das habe ich doch damals in der schule gelehrt eine arbeit finden die dir spaß macht geil einfach geil ja da spricht einfach hier wirklich kompletten realtor voll einfach das habe ich doch damals in der schule gelehrt eine arbeit finden die dir spaß macht nichts leichter als dass du willst ein bachelor oder master nichts leichter als das ein tropx wer wirklich und du schaffst das und hat es wieder nicht geklappt machst du mal wieder alles falsch ein tut es gibt und dabei 12 stunden gearbeitet dann kenn ich kein limit und wenn der influenza sagt 5 stunden sport am tag was will man mehr dann ist daran Boah, Alter, so geil, dass er es einfach so anspricht, ja. Auch mit den hier, ein Influencer sagt dir einfach, wie du zu leben hast und sowas, ja. Und du nimmst es dann, nimmst diese Lebensweise an. Nimmt doch, fragst dich gar nicht. Ich habe zwei Stunden Sport gemacht, mich weitergebildet und dann... Ja, und zwölf Stunden gearbeitet, Mann, da kenne ich kein Limit, ey. Ich kenne so viele Dudes, ja, die gehen auch nach dem Sport dann direkt zur Arbeit oder von der Arbeit in den Sport rein und sowas, ja. Und sind natürlich dann am Ende richtig komplett am Arsch, ja. Und ich feiere das gerade, übelst, Alter. Ich feiere das gerade ü-ber-trieben, ja. So, ja, da müssen wir nochmal die Hook hören, Alter, die war so schön. Warte, nochmal hier. Ein Limit. Ein Limit. Sag doch, sag, fünf Stunden Sport am Tag, was will man mehr? Dann ist daran doch nichts verkehrt. Doch in Teier ist das doch im Vergleich zu dem noch gar nichts. Wenn er sagt, bitte keine Kalorien, Fastfood will ich nicht, denn da steckt Fass drin. Jeder will euch fame sein und das um jeden Preis. Ich meine, das ist doch mega leicht, beweist mir doch das Gegenteil. Äh, sag doch, fame zu werden, das ist doch mega leicht. Beweis mir doch das Gegenteil. Das ist so geil, Alter. Oh, mir platziert die Schädeldecke, was sind Überlebensängste? Hausbauen, Kredite regnet es doch wohl an jeder Ecke. Oh, mir platziert die Schädeldecke, was sind Überlebensängste? Dä, 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 alter. Die Schädeldecke, was sind Überlebensängste? Hausbauen, Kredite regnet es doch wohl an jeder Ecke. Was ist nur da draußen los? Die Lage, sie ist aussichtslos. Träume realisieren, wer braucht das schon? Eine Arbeit finden, die dir Spaß macht. Nichts leicht als das, du willst ein Bachelor oder Master. Nichts leicht als das, ein Tropf wäre wirklich und du schaffst das. Nichts leicht als das, und hat es wieder nicht geklappt. Machst du mal wieder alles falsch. Eine Arbeit finden, die dir Spaß macht. Nichts leicht als das, du willst ein Bachelor oder Master. Nichts leicht als das, ein Tropf wäre wirklich und du schaffst das. Nichts leicht als das, und hat es wieder nicht geklappt. Machst du mal wieder alles falsch. Boah, was ist so ein geiler Song. Der Song ist richtig gut Wahrscheinlich auch an der alten Schule gedreht Aus der Kindheit Könnte man sich gut vorstellen Aber schön in Szene gesetzt Auf jeden Fall Also ich feiere den Song Der ist so Schön verpackt Auch so gesellschaftskritisch Und sehr, sehr schlau gemacht Auf jeden Fall Geiler Track Ja man, direkt mal ein Like, direkt ein Abo